Hallo Lars, ich muss sagen Glückwunsch, denn 500 Millionen einem Verein zu schenken, um sich von den VIP-Rängen aus den Abstieg von der 1. Bundesliga in die 2. Bundesliga anzuschauen, so ein Hobby hat nicht jeder. Also da muss ich sagen, Lars Windhorst, du hast ein extremes Hobby, also das ist wirklich 1A, hätte ich nicht gedacht, dass man sowas noch in der heutigen Zeit erlebt, 1A. Also ich finde das Hobby super. Glückwunsch zu deinem Hobby, gefällt mir ausgezeichnet. Grüße gehen raus nach Berlin.